Ja! Herzlich Willkommen zum neuen Aufnahme! Heute mal kein Stream, sondern nur einen schönen Film. Nein, ein Film ist es nicht, aber let's play! Schön, let's play! Wie ich, wahreschreibe, 50 Tasks gesnüffne! Mal gucken, ob ich irgendwann um mich vorsprühe oder so, wenn es zu langweilig wird. Naja. Ähm, der mir, ich bin noch ein Discord mit Snaficat. Moin, moin! Der wird das Ganze einmal sagen, wie viel Wert es ist und, ja, und eben zusammenrechnen, damit ich mich konzentrieren kann auf den normalen Inhalt. Genau. So, los geht's mit der ersten Satzkiste. Los geht's! So, ähm... Kuhsporne. Na gut. Kuhsporne. Ne Niete. Ne Niete. Ne Niete. Die erste Satzkiste. Und Herz des Meeres. Hab ich schon. Ist, äh... Hau da ab! Warum können... Warum... Oh! Hä? Ah! 614 Tage. Ja, das muss ich jetzt gesondert hinschreiben. Ne Litra. Ein Drachenei. Was kann ich mit einem Drachenei machen? Äh... Gar nichts. Wow. Ohne Litra. So, weiter geht's. Mal gucken, ob ich irgendwas Besonderes hier rausbekomme. Was ist das nächste? Zombiepferd. Zombiepferd. Ah, ja. Vier. Tausend Thaler. Gut. Thaler. Tausend. Vier Lachse. Ja. Und... Hologram. Die nächste Satzkiste... Ach du Kacke, das wurde ein langes. Nefi muss mal ein bisschen... Naja, wir sagen einfach am Ende, weil wie viel das ist. Zweimal Nieten. Noch ein Drachenei. Und Kopf des Enderdrachen. So, nächstes. Niete. Jukebox. Habe ich ja nicht so oft genug. Niete. Ölitren. Wow. Nächte. Weiter geht's. Papageien. Und Niete. Tick-Tato-Spiel. Und eine Niete. Nächte Satzkiste. Niete. Hologram. Hologram. Wieder eine Liedren. Alter. Meine dritte Liedren. Äh... Niete. 614 Thaler. Niete. Lohnsporner. Oh, Lohnsporner ist gut. Naja, immer ein bisschen... Nächte. Nächte. Partikel. Oh, Partikel. Nice. Nice. Leuchtfeuer. Ja. Leuchtfeuer? Erfahrungsflächen. Ein Stack. Und Namensschild. Oh, Erfahrungsflächen ist so fast gar nix wert. 700. Wir gewinnt. Ne Niete. Minion. Minion! Yeah! Stackpot, Leute! Minion. 30.000. Papageien. Weiß ich nicht. Kopf vom Enderbrachen. So. Ähm... Weiter geht's. Niete. Ja. 4 Trichter. Ja. Trichter sind jetzt aber... Geht. Noch ein Leuchtfeuer. Warum habe ich die los weggemacht? Leuchtfeuer. Wow. Aber ich hab... Ich hab ein paar mehr Namensschüler bekommen. Äh... 831 Thaler. Ne Niete. Ne Niete. Oh mein Kopf. Juhu. Jetzt gibt's zwei Köpfe von mir. Muss ich jetzt auch noch schreiben in Klammern. Eins. So. Was gibt's denn noch? Wieder ne Jukebox. Tausend Thaler. Ne OP-Apfel. OP-Apfel? Äh... Golden Apfel im Gold. Naja... Eigentlich ist das ein OP-Apfel. Ja. Oh, Nanita. Wie? Gold-Apfel? Na, Gold-Apfel irgendwie so. Muss ich verstehen. So. Nanita. Parcours-Paket. Ja, dann kann ich mein anderes Parcours vergrößern. Das ist gut. Dekorationskopf. Hab ich ja noch nicht genug. Und... Reparaturbuch. Nice. Da ist er wieder ne geile Kiste. Aber nicht heute bekommen, aber... Ich hab noch davor von den anderen Satzkisten. Also... Schade nun. Ich wollt grad... Ich wollt mich grad so freiern, dass der Villager wieder ein Million ist. Ja, aber nein, ist ein Villager. Wie viel Villager? Äh... Ein Villager. Nanita. Nanita. Ach, Trister. So, nächste Kiste. Alter, man, die nerven hier alle. Warum werden die nicht weggeschubst? Noch ein Minion! Nice, da ist er. Minion in Klammern 2. Yay. Namensschild. Elitren. Habt ihr nicht genug? Nee. Und der Fiener. Bist du fleischig dabei, Snaffi? Ja, bin fleischig dabei. Taler. 527. 1400 Taler. Wow. 4 Erfahre... 4 Erfahre... 4 Erfahre... 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 Q-Spawner schon wieder? Ja, mit... 2000. Okay. Widererfahrungsfläschchen, Alter. Widererfahrungsfläschchen. Und Nita. Wir starten so los. Leute, jetzt. Nanita. 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 Spinner spawner. Spinner spawner, okay. Wie viel? Newbox. Ähm... 5000. Nice. Okay. Ich hab jetzt die Spornex wieder ein bisschen weg. Aber trotzdem. Nicht viele plötzlich. Namenshit. Okay. Nanita. Nanita. Figurationskopf. Bitte Abstand, ja! Geht doch. Ähm... Spielershop. Spielershop! Schon wieder. Ja. Alter. Schon wieder mein Kopf. Nanita. 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 Und Spiel... Alter! 2 Spielershops. 1400. Warp. Nanita. 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 Warpschriftrolle? Ja, Warpschriftrolle. Ah, die ist wieder scheiße. Aber trotzdem. Das war grad ne kranke... Ne kranke Kiste. Nanita. 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 8 Richter. Bist du beim Schreiben? Ja, ich bin beim Schreiben! weiter geht's Partikel Partikel 1136 und eine Wahrabschriftrolle 1136 1136 so Parcours Parcours Hexe viermal Lohnspawner Hexe und Spawner? Lohnspawner Wie viel? 34 Spawner 2000 schade und 64 Erfahrungsläschen und 64 Erfahrungsläschen ich geh mal wieder hier in der Mitte kann ich besser bauen so Hä? jetzt so Niete Niete Herz des Meeres Mein Kopf ok jetzt hab ich meinen Kopf schon wieder warum starben die nicht? warum kann man Köpfe nicht starben? ok äh meine Statistikiste aufgemacht fick dich doch einfach beleidigen so ja hier oben acht Trichtern nochmal acht Trichtern eine Niete vier Lamas und acht Trichter oh der zieht ein Trichter ja trotzdem ein Trichter eigentlich geht's wert ich hab Lama und Trichter ok was Lama? achso ja Lama ja ja vier Lamas vier Lamas ja vier Lamas so was hab ich jetzt Villager Villager Niete 616 Thaler Niete also jetzt machen die alle wieder die Werbung für reitreten und der eine will und der eine will 1k von mir Spielershop Spielershop lol ja Niete vier Gewind vier Pferde vier Pferde und vier Pferde äh ich hab ein 2 ach Trichtern alter Dekokopf was ist das was ist das vier Schleime oh Schleim nice Slime Spawner oder was? äh nein Slime vier Slime Slime Bälle zwei hier als Slime bezeichnet aber sind Slime Bälle warum wird das Slime bezeichnet wenn es Bälle sind oder? ne das sind Spawner sind vier Slime Spawner doch Slime Spawner sieht so komisch aus so hab ich noch eine ja ich hab noch eine ja bitte entfährt alter Marvel warum kommst du immer näher zu mir wieder ein bisschen höher hier oben Snaffi okay erst mal du guckst eh ich schau eh nicht zu erfahrungsflässchen okay ein Leuchtfeuer wieder ein Dekokopf und ein Kuh Spawner okay der Kuh Spawner hat 500 Alter ich war da immer weniger so nächste äh Nanita okay Dekokopf schon wieder Dekok warf Schriftrolle ja die sind irgendwie oft und mein Kopf okay warf Schriftrolle und dein Kopf Alter mein Kopf wird immer weniger ja weil ich so viele jetzt von denen habe zwar bin ich da eigentlich es wird immer weniger wer jetzt kannst du mir noch Köpfe für 500 verkaufen obwohl nein solange ich es solange ich es selber behalte kann es ja keiner mehr haben acht Trichter einer fragt noch wie viel habe ich noch und nochmal acht Trichter ich hab einfach 16 Trichter mit einer Trichter in einer Kiste 1000 Taler also 1048 Taler Nanita Villager Nanita jetzt sind alle scheiße ja so 64 Erfahrungsflächen ja genau Protogramm Dekokopf Nanita Alter jetzt sind alle scheiße man kann ich wieder eine gute oder so hast du jetzt Dekokopf oder Spielerkopf bekommen äh Deko ok Deko wie viel machst du eigentlich für meinen Kopf wie viel bezahlst du für mein steht es da irgendwie äh äh schaue ich gleich mal an ok äh äh Warbschriftrolle Nita ok Nita Dreizack Dreizack oh den hatte ich aber schon achso den habe ich aber nicht heute bekommen aber der ist auch viel wert der ist auch viel wert ja zwar weiß ich nicht warum aber er hat viel wert Dekokopf äh Nita 107 Thaler 107 Thaler nur äh 907 achso 907 Thaler ok und ein Spielershop und ein Spielershop ok Delfine 4 Spielershop Spielershop 1000 Thaler 1000 Thaler Nita was was schreibt der Leute bin live auf Insta alter ernsthaft der macht Werbung für Insta ja ähm Namenschild Name Tag verzauberte Reperturbuch Reparatur oh das ist viel wert Erfahrungsfässchen Hologram 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 Alter die kriegst du auch weiter geht's ähm Nita 714 Thaler 714 Thaler ein Q-Spawner Q-Spawner wie viel? und 1.276 Thaler äh Q-Spawner 4.000 4.000 und überbezahler 1.200 1.276 ok ein Spielershop Spielershop Deko äh nee nicht Deko Parkour Parkour Paket Parkour Papageien 4 Papageien und Nita ja und Nita Stabeln ähm ja das habe ich alles aus ähm 50 Satskisten bekommen könnt ihr euch mal nochmal angucken also eben 3 warte Minion 2 Minion 3 Villager ja ist gut 5 Fotogramme Spielershops ist auch geil 8 Alja ein paar Sporner ziemlich viele die ich hintereinander bekomme Lohnspawner 2 Q-Spawner ja eh ne krasse Küste ok Leute jetzt so beendet ich den das äh wie viel es wert ist reiß ich oder schreib ich doch ja wurde eingeblendet noch und dann bis dann man hört se Adeus